Willkommen zurück zu Tomb Raider mit Lara Croft und Tom und mir natürlich. Wir sind jetzt immer weiter Richtung Finale vorangeschritten und ich denke mal, allzu lange wird das Spiel auch wirklich nicht mehr dauern. Ziggurat der Königin. Was ist denn ein Ziggurat? Noch nie vorher gehört. Sieht doch nach Zwischensequenz aus bei den Flammen da. Ja, ja. Tom und ich sind ja noch ein bisschen enttäuscht, dass wir den dicken Klotz nicht töten konnten letztes Mal. Warum tun sie das, Messias? Denkst du wirklich, du bist hier die Helden, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Die Miko ist sehr gefährlich, Messias. Sie ist zornig und ragsüchtig und sie hat große Wacht. Eine Sterbliche für eine Königin. Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Okay. Holen wir uns, Sam. Also so ernst, äh, hiked das jetzt mit dieser Himiko noch nicht, also... Es ist jetzt wirklich diese Übernatürliche anscheinend, also... Ich bin schon wieder halb alles auseinander, also im Hintergrund. Also ich verstehe den Typen noch nicht, äh... Ach, irgendwie ist das alles noch, äh... Echt strange. Ja, ne, ich verstehe schon. Also der will halt überleben und so, ist klar. Der denkt halt, dass er so irgendwie die Insel verlassen kann. Also das hatten wir im Grunde schon im letzten Part oder so. Ja. Äh, Lara willet die ja im Grunde auch nur. Aber die sagt ja im Grunde, dass wir die Leiche halt verbrennen sollen. Aber, äh, er will halt diese Sam halt opfern, sag ich mal. Opfer. Koffer, das klärt sich noch, warum jetzt ausgerechnet Sam? Also, ja, das ist eigentlich die einzig große Frage, warum jetzt ausgerechnet die Sam, ne? Ach, du Scheiße. Jetzt wird es auch mal eisig hier, ey. Der war jetzt so überrascht, dass auch immer der Balken runtergeht. Ja. Halten sie kreisgerückt, um die Fackel zu löschen. Haben wir uns das auch mal gemerkt? Ja, ja. So, das ist jetzt hier wie so eine Wippe. Also nicht bis ganz nach vorne gehen, sondern mittig halt. Ne, ich glaube, ich muss schon da ran springen, oder? Ja, ja, aber das schaffst du von jetzt. Also so wahrscheinlich nicht, wenn es ganz unten ist. Das ist aber viel weiter weg. So, jetzt so rüber. Alter. Das ist echt verengen, ja. Ach, du Scheiße. Also, das sind jetzt aber Soldaten, ne? Also, keine... Ja, die müssen jetzt hier erstmal herkommen. Ja. Das sah nicht aus wie Oni, genau. Oni? Oni. Das sah irgendwie verpält aus. Ja, jetzt setzt du dich fest. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab nur gedacht, das ist jetzt noch weiter weg. Das sah irgendwie so komisch aus. Und deswegen hab ich noch gewartet. Aber dann war ich schon dran. Alles ausreden. Alles ausreden. So, jetzt aber. Ziemlich eisig ist es jetzt hier auch geworden. Hat mal, glaube ich, noch gar nicht, oder? Jetzt stehe ich mit Sturm, natürlich. Ne, so richtig mit... Achso, doch, klar. Wo wir über die Brücke heult sind. Ja, stimmt, doch, ja. Bei dem Radiodfunkturm, den wir dann hochgeklettert sind. Ja, wo wir dann... Genau, und wo wir dann danach... Wo das eine da war, weißt du? Ja, ja, mit dem anderen. Achso, einen Doppelsprung hätte ich machen müssen. Ja, genau. Halt, genau. Und jetzt zack, zack. Ne, sie... Hä? Was ist denn da los? Du musst dich doch bestimmt da oben festhalten. Ja. Da kann ich jetzt auch nicht klettern. So, zack, zack. Jetzt, okay. Einfach ein bisschen... Ein bisschen geiler. Hochspringen. So. Jetzt wird's aber bockig. Jetzt wird's jetzt bockig. Ja, ja. Also, das meinte ich halt am Anfang des Parts. Dass es jetzt halt wirklich diese übernatürliche Scheiße ist, sind jetzt wirklich Himiko, die hier abgeht. Also, ich denke, damit ist klar, Realismus ist es jetzt hier nicht. Aber es gibt ja Menschen, die globen. Also, wirklich auch jetzt in Real Life an übernatürliche... Scheiße. Ja, Scheiße, Wesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da zwiespältig. Also... Also, ich glaube schon, dass es was anderes noch gibt. Also, ich bin eher so dieser Multiversum-Type halt. Gerade jetzt durch Bioshock nochmal, die ich jetzt vor kurzem eben beendet hatte. Also, daran glaube ich schon, muss ich sagen. Dass es halt immer ein Paralleluniversum gibt, wo es uns nochmal gibt, nur halt anders. Aber jetzt so richtig hier in unserer jetzigen Welt hier, so, dass es da jetzt wirklich Geister und sowas gibt. Na, theoretisch. Also, anders. Wenn die Aussage stimmt, dass das Universum unendlich groß ist, dann... Unendlichkeit ist es. Dann muss es ja so sein, weil die wahrscheinlich... Also, innerhalb eines unendlich großen Raumes ist es ja... Also, muss es ja passieren, dass diese Kombination von Möglichkeiten, die es gibt, halt genau so nochmal auftreten. Dann muss es genau dieselben geben mit ein paar Änderungen, dann mit gravierenden Änderungen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also, ich könnte ja immer sagen, was er davon haltet, wie ihr es seht, wie ein Geister glaubt. Also, im Spiel finde ich es jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Ich habe auch Uncharted niemals einen Vorwurf, wie er macht, dass es plötzlich unrealistisch wurde. Oder unecht, sage ich jetzt mal. Ich meine, das merkst du aber schon am ganzen Spiel. Also, gut, jetzt ist jetzt übrigens gerade die Action-Szene, aber wir klettern ja im Endeffekt nur. Deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen gelabert. PSR hierher, komm. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwachen! Ich muss zu mir! Scheiße, das war noch gegen Sam hier jetzt am Ende kämpfen müssen. Naja, so in Spielen finde ich es auf jeden Fall auch, äh, also, manchmal ist es halt geil. Also, ich stehe halt auch so bei Kampfspielen und hast nicht gesehen, wenn man so ein bisschen auch Magic einsetzen kann und sowas. Tomb Raider war jetzt von Anfang an nicht das Spiel, was mir vor ausgelegt war, einen vollen Realismus hier hinzustellen. Wieso brüllen die jetzt hier für die Königin, Alter? Ja, weil die halt auch alle weg wollen, ne? Also, um es halt auf den Punkt zu bringen. Ziemlich viel Action hier gerade erst mal. Da wäre jetzt so ein Granatwerfer, ganz geil. Die standen schön beieinander gerade. Ne, aber um es auf den Punkt zu bringen, ähm, kommt halt auf das Spiel an. Manchmal passt es halt und manchmal passt es nicht. Was? Oh, scheiße. Keine Pfeile mehr, oder wie? Ne. Oh, ist ja mies. Ist hier noch Granaten? Ne. Ist auch scheiße. Da vorne ist noch eine Truhe auf jeden Fall. Boah, was? Na komm schon. So, jetzt einmal. So, würde ich jetzt hier vorne irgendwas drin, was wir brauchen können? Schwutzflinte, glaube ich. Ja, ruftet die mal hier alle. Da haben wir ein paar Granaten neu gekriegt, das wäre. Jetzt schreit es aber ganz schön laut hier. Oh, der... Wind ist stark. Guck mal, wer da hochkraucht. Siehst du das? Wird jetzt fliegen... Oh, was? Was ist denn jetzt los? Alter. Die Uni sind auch wieder am Start. Ach, die sind erschlagen worden davon, jetzt okay. Boah, Alter, das war auch gerade so ein bisschen Splatter. Aber ich verstehe auch nicht... Ich meine, die kämpfen noch gerade selber um ihr Überleben. Ja, das sind jetzt notdienst nötig, was, wa? Ja, diese... Oh, wir müssen jetzt immer noch hier Lara abknallen. Also es ist jetzt nicht nur bei Tomb Raider so, es ist ja generell... Also Gegnerhorden spielen. Da kannst du sagen, was du willst. In erster Linie denkt der Mensch immer an sein eigenes Überleben. Außer vielleicht eine Mutter. Ja, das mag was anderes sein. Oh, da hat sie uns sogar zu Tode erwischt. Zu Tode erwischt? Aber ihr merkt schon, also man muss sich echt konzentrieren. Ja, ja, deswegen versuche ich schon immer so ein bisschen nebenbei halt noch über irgendwelche Themen zu quatschen. Aber man geht jetzt halt auf das Ende zu und die Kämpfe werden ja auch immer schwieriger. Und zumindest der, der gerade spielt, muss sich dann doch da ein bisschen konzentrieren. Wir wollen ja auch nicht alles sechsmal hier machen. So, also jetzt machen wir es aber mal so, dass wir es schaffen. First time. Sau geil übrigens, Lego, der Movie. Der Movie. Lego Movie. So, und jetzt kommen sie nämlich, die Boys. Boah, leck Arsch, ey. Ich dachte, wer ist nicht so deine Stärke? Nee. Boah, hat dann das Ding jetzt hingeworfen. Das ist echt scheiße, das war keine Feine mehr. So, jetzt chill erstmal kurz. Oh, die hat es aber jetzt fast splattert, Alter. Alter, alter, ne. Äh, ich wollte gerade sagen, den Docki war das hier weh erstmal, ne. So, Alter, mal, alter mal. Arschloch. Boah, die Granaten wären jetzt einfach so goldwert. Jetzt kommen die ja auch noch von oben, Alter. scheiße jetzt kommen wir wieder zurück und soweit zurück dann vielleicht auch nicht hier muss man jetzt mit deckung arbeiten weil die haben wirklich so eine krasse machen da brauchst du nicht viel halt noch bei dem wir sind viel aus da musst du wirklich gezielte kopfschüsse machen wenn wir doch noch pfeile da jetzt gerade irgendwie wieder von glück damit läuft es auch gleich wieder viel besser shit knarren ohne siehst du jetzt kommt wieder der wind hat sie noch mal luken weil wir haben brauchen echt ein bisschen das dach scheiße das weh von denen er das ist jetzt natürlich schwierig du musst mit quick time arbeiten ja geil den hast du gott sei dank die hätte das amal halt dann machen wir es auch das ist einfach nicht meins er war recht spät es kommt so jetzt aber exekutions killer oh man so erstmal nachladen so und jetzt auf dem weg nach vor jetzt haben auch nicht mal mehr munition für die wer er nutzt die gehalt auf jeden fall noch mit hier naja jetzt kommt die reine sind wir wieder voll übrigens und drei granaten aber auch noch gekriegt nicht schlecht ich habe erfahrung dafür kriegt dass die mikro den jetzt gekillt hat alter fall da gute frage ich würde sagen erst mal irgendwie da rüber schaffen hat auf die plattform da den spruch ich weiß nicht das sieht wirklich weit aus sieht aber immer noch nicht weit aus gegen mal siehst du meine mich auch hier an jamm so steuer gar gar nicht Da ist er nämlich Olle Atsuki, Alter Geil, das ist aber der von vorhin Genau derselbe, ja, das stimmt Fidelity auf jeden Fall Na endlich, jetzt haben wir unseren Kampf Den wir wollten Ich hatte ja schon gedacht Das wäre auch bescheuert gewesen Also wer macht denn sowas Gut, der Rücken ist die Schwachstelle Also ansonsten kannst du dir das glaube ich sparen Den abzuschießen Das ist jetzt aber Das scheint jetzt wirklich so eine Art Endgegner zu sein Genau, der Rücken Ja, der ist halt auf jeden Fall Also das Prinzip sollte klar sein Aber guck mal Da sieht er gar nicht so unmenschlich aus Der sieht wirklich aus Einfach nur wie so ein großer Mensch Ein bisschen zu großer Mensch Gibt ja so eine Fleischberge Aber er macht komische Geräusche Ja, ist schon wieder zu früh, Alter Ist eigentlich denn doch recht easy Okay, das warten wir noch gar nicht Boah, ist ja geil Irgendwie gerade alles Boah, jetzt auch noch normale Samurais Ach scheiße, ey Das ist halt auch wirklich im Nahkampf Also das ist nicht so die Stärke des Spiels Was ja auch logisch ist Weil das ist halt nur eine Frau im Endeffekt Mist ey Das ist dann doch gar nicht so leicht Oh man Aber der Checkpoint ist wieder gut gesetzt Ja Sehr schön Geht da schon mal down? Bede down Nee, hä? Hat der denn gerade Einen Kumpel da schlagen? Ja, sah gerade so aus, ne? Boah, jetzt kommt da... Schießt da im Kreis Also schlägt da im Kreis Der haut wirklich seine eigenen Leute um Im Zweifelsfall Wir brauchen erstmal auf jeden Fall Ruhe vor den Samurais Alter Die kann man gucken, auch nebenbei Aber haben wir eigentlich noch Schock-Gammonie? Ja, da kommen schon wieder welche Ja, sehr schön Nicht schlecht Wenn er uns eh mal richtig erwischt, wartet er wirklich auch schon, ne? Ja, äh Den hat er jetzt aber erwischt Doch erstmal Muni, Alter Ja, ne, deswegen, ähm Gut, die mal kurz durch hier Bisschen auf Abstand gehen und dann Alter, so Jetzt haben wir anscheinend auch ein bisschen Ruhe hier Boah, nice Das war cool Jetzt, jetzt, jetzt Ah Ja, schön Das ist mir lieber, wenn er die senkrechten Schläge macht Oh, was? What? Ah, verdammt Alter Das Gericht jetzt wirklich der Endboss Scheiße Naja, klar Ah, die Knarre ist gut Macht auf jeden Fall Sinn Ich wundere mich, warum der Sound so komisch ist von der Knarre Aber ist ja ein Silencer drauf Ja, ja Schalter frei Schön Ah, nicht schön Ah, wir leben noch, wir leben noch Wir leben noch Ah, wir leben nicht mehr Alter, Alter, Alter So, okay, jetzt Machen wir's richtig Jetzt machen wir's First Try Weg wie über die Stelle Nice Jetzt ist mal weggeheuzt Auch weggeheuzt So, jetzt könnten wir schon mal den Treffer bei ihm hier machen Wir sollten uns vielleicht nicht zu sehr auf die hier konzentrieren Und die Shotgun-Muni hier auf jeden Fall auch nicht für die Typis verballern Okay Ah, kacke, ey Also die Knarre ist eigentlich wirklich noch am geilsten hier für die Für die Kleinfiecher hier Kleinfiecher Jetzt Nee So, jetzt aber Ah, keine Muni Ah, wir haben ihn getroffen Granat, äh, also hier, äh, doch, Granaten haben wir auch gekriegt Wäre auch vielleicht eine Option, den einfach mal Bei so wenig Schuss muss man sich den Schuss halt dann wirklich überlegen Der muss gezielt sein und treffen Jetzt Ah, verdammte Kacke Nein Ja, sehr schön Zwei Mal getroffen, ich denke, eben mal noch Die Dreierregel Ah, nicht ganz Sehr schön Zwei Mal gleich erwischt Jetzt sterben wir echt doof War noch genug Schuss Boah, jetzt bin ich ja fast nur entgegengebeutzt Ich meine, wir haben ja Wir haben ja auch vorher Ja, ihn jetzt schon mehrmals getroffen mit der Schrot Genau, siehst du So, jetzt ganz in Ruhe Es ist einfach unglaublich, Alter So, jetzt aber Alter Warte wirklich bis jetzt erst da ist Erst wenn du siehst Sehr schön Okay, letzte Runde Okay, letzte Runde anscheinend Also wenn das jetzt die Dreierregel zumindest ist Boah, das ist jetzt aber mal ein Klotz, ey Boah, gut, aber der hat seinen Homie nämlich erwischt Scheiße, Alter Gut, aber jetzt kommen anscheinend nicht so viele Nicht so viele kleine Vieh Doch, da kommen wieder welche Er wirkt auch geschwächt Nee, kommt auch keine Ihr merkt schon Ich moderiere gerade hier so ein bisschen alleine Aber das ist Kann man Tom hier, glaube ich, jetzt auch gerade nicht verwerfen Vorwerfen Zack 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 Jetzt sieht man auch mal seinen Kopf Alter, first try, Junge First try Das war ja voll easy, ey Sehr schön So, jetzt schnell den Stuff hier looten Definitiv So, ich gehe mal davon aus Dass wir jetzt wirklich dem Ende entgegenkommen Was sagt denn die Zeit? Ich würde nämlich sagen Die Zeit, dass du kannst schon mal die Abmode starten Ich würde nämlich sagen Das war jetzt hier Richtung Ende des Parts Woran schreiten Wir haben jetzt ein Hit erlebt Wir haben unseren Kampf gehabt Mit dem großen Typen Haben den first try erledigt Voll locker hier Und Ich würde sagen Der nächste Part ist der letzte Ich glaube ich auch Geht mal stark von aus Wir werden das auch so einleiten Deswegen machen wir jetzt hier auf jeden Fall Schluss Sehen uns beim nächsten Mal Und Ja, freuen uns Mit euch zusammen Das Finale von Tomb Raider erleben zu dürfen Bis dann Ciao Willkommen zurück Willkommen zurück zum Wahrscheinlich So, worum geht es denn jetzt hier überhaupt So, worum geht es denn jetzt hier überhaupt Boah, tippst du doch einfach nicht War da ja nicht schlecht Schieß ihn doch, Mensch Oh, jetzt haben wir die zweite Knarre übrigens Geil Nice Endlich, ey Das war das Finale Ciao Boah, geil Aber ich glaube wirklich Das hätten wir uns fast schon sparen können In einem Part aufzumachen Oder Mal sehen Koffe, die können jetzt endlich mal anfangen rumzumachen Sam hat sich extra hübsch gemacht Oh, Sam Gott sei Dank Lara Was ist passiert? Ich bin da Du bist sicher Alles gut Alles gut Du hast mich befreit Ich hab's gewusst So wie versprochen Bringen wir dich nach Hause Alter Ich will jetzt mit dem Boot noch rumknallen Okay, du kannst das Boot haben Du kannst das Boot knallen Aber ich bin du Chain Nein, du kannst das Boot dormir Da ist Lara! Sie hat Sam! Wir schafft sie. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht wie weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nachdem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Ich muss verstehen. Keine Ahnung, was sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich ihre Wunden und ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht mehr raus. Ich komme rein. Das braucht cả. Ich bin bald die Vierer. Ich werde die Flieger betonen. Ich werde fast nicht mehr rausgenommen. Ich werde bei uns nicht mehr rauskommen, musst du dich nehmen. das war tomb raider wo man anfangen technisch oder erst mal würde ich sagen schön dass wir durchgezockt haben also der dank gilt erst mal hier dass wir zusammen mit zockt haben und vor allem danke dass ihr dabei wart mit uns zusammen erlebt habt und im großen und ganzen wart auf jeden fall ein gutes spiel und hat auf jeden fall spaß gemacht und kann man denke ich als ein einleitende worte auf jeden fall sagen ich würde sagen wir gehen erst mal so auf technischer ebene ein erst mal die guten sachen also der gameplay war ich cool hat spaß gemacht die ballereien waren super das gerade jetzt zum ende hin wo es auch noch mal ein bisschen schwieriger wurde hatte ich persönlich der ja eigentlich gar nicht so ein baller fan ist wirklich spaß am spiel und ich wollte dann auch wirklich der pet in der hand haben und ich denke das siehst du auch so das ist halt vom gameplay an sich von der spielmechanik her wirklich gut war ja bahnbrechend war jetzt nicht also keine neuerungen die jetzt irgendwie den spiel besonders machen oder irgendwie so weit das war jetzt nicht der fall aber im grunde hat die erwartungen auf jeden fall voll erfüllt genau also im großen ganzen war solide und etwa definitiv spielerisch auch wieder wirklich guter teil anders als die üblichen zu breiten zu breiten genau aber etwa cool also war im großen ganzen sehr gelungenes remake also technisch würde ich sagen ist okay grafisch okay mit sparen berechnet einfach solide ja so aber was wirklich was ich wirklich als manko sehen muss und da stimmt mir glaube ich zu war halt die story die zwar zum ende schon noch mal spannender wurde man wollte dann wissen wie geht das jetzt weiter wann kommen denn jetzt mal diese uni und dieser große typi und alle okay aber ich habe ja im technischen ich habe gesagt story also ich wollte also ich habe noch eins was ich halt technisch so technikziele das würde ich mir halt schon noch wünschen also das ist für mich allerdings halten manko dass zum beispiel mein ding ist es gerade kalt und wir rennen da in dem t-shirt rum weiß nicht da muss man sich dann einfach irgendwas ausdenken dann soll sie halt irgendwie sagen dass es gerade kalt ist sie muss sich ein pullover besorgen oder so weit dasselbe gilt für soweit wie dass der bogen halt auf dem rücken verschwindet wenn man die pistole zieht hat stimmt das habe ich vergessen ja design fehler haben sie auf jeden fall drin und genau dasselbe auch mit den mit den logik fehlern also zum beispiel warum liegt der brief von diesem doktor doktor plötzlich an irgendeiner stelle wo der nie gewesen ist ja und logik fehler finde ich sind schwerwiegend also gut der dieser neige fehler war jetzt nicht so schlimm kann man leicht auf jetzt eigentlich passieren eigentlich sind auch design fehler halt eben hätte man halt anders lösen können weil richtig logik ist ja im grunde bei der story dann entscheidend aber stimmt schon das hätte man besser regeln können und bugs hatten wir aber nicht so an sich wird mir einfach glitsch ist nicht hätten einmal einen ganz kurzen in die seiensten feuerexplosions irgendwas explodiert und da kann ich mal passieren manchmal jetzt nicht so was dreien aber im großen und ganzen war schon wirklich gut technisch bis auf die in zwei sachen die man hätte besser regeln können aber nun war das spiel von anfang an jetzt kein last of us oder so weit jetzt auf total realismus ausgelegt war deswegen hat es mich jetzt nicht so gestört aber man muss es auf jeden fall erwähnen ja story technisch da kommen wir dann halt doch aber zu den größeren manko wie schon gerade eingeleitet freuen ähm das fand ich halt ein bisschen bla also weiter war auch matt und glatt und klischeehaft genau plump also die 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 emotionalen szenen sollten wahrscheinlich emotional sein hat zumindest bei uns aber eher albern ja hat bei uns gar nicht gezündet und haben ja schon im spiel eigentlich auch denn immer gesagt so wenn stellen so ein bisschen waren die story an sich dann kann man so machen das ist halt nur mal kein 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 riesen kein riesen story spiel oder so ne das ist schon in ordnung passt das ist halt wie bei uncharted hoch so ein bisschen bisschen bla aber das ist halt cool in szene gesetzt und das war auch da muss man auch sagen die inszenierung war auch echt geil also man hatte wirklich coole action parts dabei hat auch dafür gesorgt hat dass das spiel beim spielen wieder lust aufs spielen ja ja genau also das war schon richtig aber die story weit eben so nebensächlich habt ja auch gemerkt wir hat nicht wirklich interesse daran die ganzen tagebücher dazu lesen oder diese neben infos hat uns persönlich jetzt einfach nicht interessiert und das ist ja eigentlich der größte indiz dafür dass man dass die story eben halt nicht so packt man will halt keine hintergrundinformationen erhalten ich würde sagen im großen und ganzen wenn man es jetzt in so einer zehner zum zehner punktesystem sagen müsste würde ich dem schon eine solide acht von zehn geben exakt sieben ja wie sagt es gibt für mich auf jeden fall also ich würde für mich wäre es eine kaufempfehlung jetzt nicht direkt beim release wenn man aber jetzt meinetwegen also gerade in so einer also ja in der zeit in der wir jetzt gespielt haben wo man praktisch die neuen playstation 4 teile wartet und so die also ich bin einfach gerade an dem punkt momentan habe ich halt kein playstation spiel auf was ich wirklich brenne fertig warte für so eine situation ist halt eigentlich optimal da ein bisschen wat von story das heißt man rennt zumindest nicht sinnlos durch die gegend ist auch ganz schick in szene gesetzt sieht nicht ganz hässlich aus macht halt spaß zu spielen dafür gibt es eine kaufe empfehlung also es macht einfach spaß zu spielen ja die spielzeit finde ich gut ist es ist ein solides spiel das kann man schon sagen die spielzeit finde ich auch in ordnung für das spiel auf jeden fall jetzt weiß ich nicht wie hoch der widerspiel faktor oder der weiterspiel faktor ist naja man hat ja im grunde noch ein haufen zeugs was man erleben kann ist halt bloß die frage also nur noch um rennen ohne jetzt gegner oder so weit mal gucken müsste ich jetzt selber erstmal noch mal gucken wir werden aber auf jeden fall nicht machen für uns ist das display hiermit beendet ja danke dass ihr zugeschaut habt wir sehen uns dann beim nächsten mal unser nächstes projekt wird dann die dlc zu the last of us sein also so in diesem duo left behind da freuen wir uns tios drauf also ihr wahrscheinlich auch und da bin ich mal richtig gespannt aber dazu denn natürlich wenn es soweit ist mehr ja ja ich würde sagen das war doch halt stopp noch ganz wichtig weil gerade du würdest bei denen bei denen bei den abspar aber bei den beim abspann sie sind grob ja schön hat mir doch nicht gefallen die schön hat dir doch nicht gefallen ja ja also so richtig bombe wart nicht also am anfang habe ich noch gesagt okay das passt gerade weil sie jetzt so ein bisschen ziellicher ist aber dann war dazu von jetzt auf gleich lehrer hat in dem ganzen spiel bestimmt mindestens ja ohne logen acht milliarden menschen tötet das haben wir wirklich gar nicht jetzt gesagt das haben wir zwar im gameplay schon gesagt aber der wandel von von soft lager zu hardcore lager war zu kass und da ist auch wieder klar zu also warum also ich nehme jetzt mal an warum wir das vergessen haben ist weil die story dahinter einfach für mich wirklich trivial ist mir ging es darum action erleben und geile quicktime events und so war nur weil mir jetzt gerade bei den abspannen beim abspann halt eingefallen ist ja das schade auch dass man mit diesen doppelpistolen ding ist halt nicht schon früher kam naja das hätte ich mir dann irgendwie wenn schon denn diese lager denn halt auch richtig naja und man hat jetzt am ende auch hier ihr merkt naja ich fahr jetzt nicht nach hause das ist jetzt halt die einleitung zu dieser lager kopf die hat alles erkunden muss und durch ihre erfahrung diese zeit hier gemacht hat auch diese abgebrühte wird ist nett und war cool und im grunde aber jetzt ja auch alles schon gesagt ich würde sagen wie beendet fahrt sie an der stelle definitiv ein solides spiel kann man machen uns hat spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten mal und bis dahin ciao so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020